Herzlich Willkommen aus der Marktgemeinde Wöllersdorf-Steiner-Brückl. Heute wird euch begrüßt von der Lucia. Hallo, grüß dich. Servus Michael. Schön dich kennenzulernen und die Lucia, das ist ein Organ der Kontrolle hier in der Gemeinde und heute geht es um das Thema kontrollieren und wir dürfen nachfragen, weil es ist eine Anfrage von der SPÖ gekommen, bezüglich Kassaverwaltung und diese Fragen wollen wir beide heute im Interview erklären. Bist du das Richtige für mich? Genau. Super. Frage Nummer eins, generell für unsere Zuseher, wie entsteht ein Gemeindepudget, wie kommt das zustande? Ein Gemeindepudget wird eigentlich alle Kostenstellen kontrolliert. Wenn ich jetzt sage, ich mache 2023 ein Budget für 2024, dann kontrolliere ich einmal alle Kostenstellen, nehme die Zahlen von eins bis neun, also drei Quartale her, rechne das vierte hoch und budgetiere diese Summe. Als Kontrolle habe ich auch die letzten vier Jahre, wo es wurde an dieser Kostenstelle ausgegeben. Zum Beispiel als Verständnis, was sind Kostenstellen? Kostenstellen Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hernehme Kindergarten, das kennt jeder, Bastelmaterial, dann sage ich Kindergarten-Bastelmaterial, wie viel haben die ausgegeben, wie viel haben sie die letzten vier Jahre ausgegeben, wie wird das Budget dann für das nächste Jahr sein? Okay, alles klar, nur dass man halt weiß, woher kommt das Budget dann her. Gut, das kommt zu unserer nächsten Frage. Es hat einen Nachtragvorschlag gegeben 2024, wo es eben eine Summe gibt von 2.200.000 Euro an Kommunalsteuern, aber letztendlich war ein deutlich höherer Stand, nämlich von 2.445.000 Euro und 67 Cent. Warum ist das zustande gekommen? Das zustande gekommen würde ich so nicht sagen. Die 2.400, das ist das Ergebnis von 23.000 Euro. Für 2024 haben wir 2.200.000 Euro budgetiert, weil die Wirtschaftslage ja nicht wirklich prickelnd ist. Und ich traue mir da eigentlich nicht so an, dass die Gemeinde 2024 wieder diese Summe einnimmt wie 2023. Und da bin ich lieber vorsichtig. Ich wollte gerade sagen, du gehst da mehr bedacht und vorsichtig an die Sache. Genau, genau. Gefreist, du bin ein besseres Ergebnis ausgekommt, das ist ja für alle Beteiligten da in der Gemeinde gut. Genau. Und wenn es weniger wird, dann das Geld hast du rausgegeben, hast du auch ein Problem. Ja, da bist du auch verantwortlich lieber. Genau, dann habe ich auch wieder Schuld gekauft. Es ist nicht so einfach, aber wie man es sehen kann, hat es bis dato ganz gut hingehaut. Es ist jedem recht zu machen. Schulden sind immer eher eine Sache, sagt man im Leben, aber natürlich hat eine Gemeinde auch Schulden. Jetzt geht es um den Schuldenstand, da habe ich jetzt die Zahlen vom 31.12.23, hat die Gemeinde 7.529.800 Euro Schulden und in Wirklichkeit sind mehr Schulden nämlich 8.596.200. Wie kommt die Differenz zustande? Das ist eigentlich ganz leicht gesagt und zwar wird auch da hergenommen, der Ist-Stand, also im 23er Jahr, der Ist-Stand per September 23 und von dem ist man ausgegangen. Es gibt aber einen Gemeinderatsbeschluss betreffend Hochwasserschutz, wo das Land Niederösterreich sich pro Jahr 2 Millionen Euro abrufen darf. Die haben das Geld dann abgerufen, davon von diesen 2 Millionen 1 Million und aus diesem Grund hat sich das dann natürlich erhöht und wurde im Nachtragsbudget korrigiert. Okay, das ist jetzt verständlich. Ja, man hätte mich auch fragen können. Jetzt sind wir schon am Ende des Interviews, ich habe da jetzt noch so eine Zusatzfrage, wenn generell ein Darlehen aufgenommen wird, es um Kreditsummen in der Gemeinde geht, wie fallen dort die Entscheidungen? Wird gewürfelt? Nein, das wird eigentlich immer einstimmig beschlossen. Wer beschließt das? Der Gemeinderat. Das heißt, das Thema wird reintragen, diskutiert es euch aus und dann gibt es ein... Mein Hochwasserschutz, das kann man alle Jahre so haben, bis der fertiggestellt ist, das voraussichtlich Ende 25, vielleicht Anfang 26 ist und dann wird erst abgerechnet, was hat das Land Niederösterreich sich abgeholt von uns an Gelder und da kommt ja alles wieder retour bis auf ein bisschen über 20 Prozent, was der Selbstbehalt der Gemeinde ist. Okay, super, dann passt. Ich sage danke, dass du heute die Fragen beantwortet hast. Bis zum nächsten Mal bei Wörlustorf-Steiner-Brügel-Unsatz. Fiat euch, Baba. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Wörlustorf.